So hallo Leute, heute gibt's ein neues Call of Duty Black Ops 3 Pack Opening Und schaut euch das an Ich hab mir so gedacht Ich hab mir eben durchgelesen, da stand 2400 COD Points Plus 400 Hab ich gedacht, sind ja 2800 Hab ich mir gedacht Kannst du dir doch das Bündel holen, aber nein Jetzt kann ich nur Scheiß Selten eröffnen, man Es ist so lächerlich Jetzt muss hier aber ne Waffe drin sein Wenn nicht, Alter, ich warst aus Leichenwagen So was hab ich lang nicht gesehen Also wenn hier jetzt keine Waffe ist, dann heul ich, Alter Ganz im Ernst und heul ich, man Heul ich einfach Genau deswegen bist du zu dir gekommen Kürbiskopf, nice Ich mein jetzt den Körper dafür Ja Aber ich möchte jetzt hier unbedingt ne Waffe ziehen Todesblüte Seraph, nice Osiris Ich hab jetzt schon Angst, Mann Ich, ich will hier ne Waffe ziehen Ein epischer August, da kommt die Scheiße Oh nice, wenigstens die Visiten quasi Von Hijack Ja man Hier muss doch ne Waffe drin sein Das Eis LK9 hab ich noch nie gespielt Hier muss doch ne Waffe sein Brandfackel Mich kippt keiner Und nochmal Und nochmal, wenn ne 30 30 Komm hier muss doch ne Waffe sein, Alter Ja Ich mein Ey, ne, Alter Hier muss doch ne Waffe sein, Alter Ey, ich könnt kotzen mit Knochenkrieger ruhen Komm, hier muss doch ne Waffe drin sein, Alter Es ist so lächerlich, ne Lechse, haptisch Oh mein Gott, Alter Hab ich auch noch nie gespielt Epische Ausrüstung erfordert epische Taten Taust du dir das zu? Nur Scheiße, nur Scheiße Komm Ey, Leute, ist es nicht normal Toll wurde drin Damit wirst du der Hingucker schlechthin sein 100 kriegt das nochmal Das ist doppelt Das heißt, drei Kisten, wenn ich Glück hab, vier Leute, hier mu... Als ob hier kein... Okay Jetzt, ähm Ey, Leute, hier muss doch was sein, Alter Eiswebel, wow Leute, ist das nicht normal Oder setzt du es gleich an? Hier muss doch ne Scheiß Waffe sein Ich krieg noch nicht mal den epischen Spot, der da war Wow Mehr wird als der ganze Rest von... Keine Waffe Leute, es ist so... Es ist so arm Gefährliche Leute Alles klar Die Schlüssel sind entschließend Leute, komm Tun wir's Ja Ey, Treyarch Ey Den könnte ich selbst gut gebrauchen Leute Ich hab grad 20 fucking Euro wieder ausgegeben Das Doppelte wird entdoppelt Für... Ich hab mir gedacht Für 20 fucking Euro Muss ich doch diese 2500 COD Points bekommen Aber... Äh, nein Ich hab einfach Diese scheiß 100 COD Points Die einfach letztens, äh Also die ich einfach letztens, äh Da eigentlich hatte Einfach ne Ne Und ich bin so behindert und öffne nicht mal das Tagesdoppelicht im Kopf Ich würd sagen, ich spiel jetzt nochmal eben eine Runde Aber ich kann... Mal kurz angucken Leute Gebt kein Geld für die Scheiß aus Gebt einfach kein Geld für die Scheiß aus Das ist so lächerlich Leute, ich hätte zwei Waffen safe Eigentlich Ja, depp du ruhig mal, Alter Du siehst richtig fett aus, Mann Kommando, Raps Unterstützung Immerhin das mit den Raps Lätsche Leitsch Das ich nix gezogen hab, Mann Nicht kontrollen Nein, das war's nicht Ja Ich zieh nicht meine Nahkampfwaffe, Digga Ist so lächerlich, Mann Aber ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel Du bist nicht Gollruin, aber okay Ey, Mann, das ist so... Ja, wow, wenigstens die Scheiße, Alter